Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, die wichtigsten Neuregelungen des vorliegenden Haushaltsumsetzungsgesetzes, jetzt dringlichen Antrags, betreffen den Kita-Bereich, wo es in der Tat dringenden Verbesserungsbedarf gibt. Ja, die SPD-CDU-Koalition hat sich in der Frage Personalverbesserungen im U3-Bereich einmal nicht völlig beratungsresistent gezeigt und mit dem neuen Vorschlag von gestern für alle überraschend auf den Druck der Fachöffentlichkeit und auf die stetige Intervention und die Änderungsanträge der Opposition reagiert. Jetzt wird ab August 2018, ab 2019 ein Kind weniger pro Fachkraft finanziert, ab 2019 kommt noch ein Viertelkind obendrauf, allerdings nur im Ganztag. Die Schrittfolge dahin wurde beschleunigt, das ist der richtige Weg, das wollten wir auch. Aber Herr Salé, das ist ja leider nicht da, Herr Salé Spitzenreiter, wie Sie über die Presse verkünden ließen, sind wir damit noch lange nicht. Berlin bleibt weiter Schlusslicht im bundesweiten Vergleich und erreicht erst ab Herbst 2018 in der Erzieher-Kind-Relation bei den Kleinsten den Bundesdurchschnitt von 2012. Sie haben auch doch noch, wie ebenfalls von uns gefordert, die Leitungsfreistellung von der Gruppenarbeit angefasst. Die liegt derzeit bei 120 Kindern pro Einrichtung und sollte realistischerweise zukünftig ab 80 Kindern gelten und zwar für die Aufgaben, die jetzt aktuell schon zu erledigen sind. Da gibt es jetzt laut Gesetzesvorschlag den ersten Schritt ab diesem Jahr bei 110 Kindern, ab nächstem Jahr bei 100 Kindern. Das sieht erstmal wie eine spürbare Verbesserung aus. Allerdings wird mit genau dem gleichen Gesetz gleichzeitig der bürokratische Aufwand für die Leitungen deutlich erhöht. Zum Beispiel dadurch, dass das IT-gestützte Personalmeldesystem und das Platzvormärkssystem verpflichtend für alle gemacht wird. Dadurch geht die gewonnene Leitungsfreistellung nur für den zusätzlichen höheren Verwaltungsaufwand drauf und ist nicht für die verkündeten pädagogischen Arbeiten gedacht, also unterm Strich keine Verbesserung. Wie das praktisch umgesetzt werden soll, ist auch noch völlig unklar. Verbindliche IT-Anwendungen in kleineren Einrichtungen ist absolute Zukunftsmusik. Die schreiben ihre Wartelisten in Karo-Hefte und bräuchten erstmal eine technische Ausstattung. Ich denke außerdem, dass derlei Kita-organisatorische Regelungen im Zuge der Rahmenvereinbarung mit den Trägerverbänden verabredet werden müssten. Aber mit Kooperation und Beratung mit den Betroffenen und Umsetzern ihrer Kita-Politik haben sie ja gar nichts am Hut. Das ganze Gesetzgebungsverfahren ist absolut chaotisch gelaufen. Das zeigte schon das Trauerspiel im Fachausschuss noch im letzten Donnerstag, wo die Koalitionsfraktionen ihre Gesetzesänderung ohne die übliche Anhörung durchgewunken haben und sich nicht mal die Mühe machten, ihren Antrag zu begründen und auch noch keine Meinung zur Stellungnahme des Senats hatten. Da war nämlich nichts mit Einigkeit. Und das war auch noch nicht der Gipfelpunkt dieses unsäglichen Verfahrens, das seinesgleichen sucht und eines Prozesses, der ein von uns allen gemeinsam getragenes Ergebnis hätte haben können. Das haben sie als Koalition gründlich verbockt. Ohne Einbeziehung der Betroffenen, nicht mal des Instituts für Qualitätsentwicklung, dass sich das Land Berlin extra für beratende Aufgaben leistet, ohne den Landeselternausschuss, die Fachöffentlichkeit, ohne die Trägerverbände, wird auch dieser neue Text abgestimmt. Ich bin gespannt, wie Sie diesen Vertrauensbruch wieder hinkriegen wollen. Von Lobbyisten lässt man sich nichts sagen, meinte Herr Feiler gestern im Hauptausschuss. Das ist eine Unverschämtheit, denn die sogenannten Lobbyisten sind in diesem Fall keine freischwebenden Profiteure, sondern die Wegbereiter und Umsetzer ihrer Kita-Politik. Die vertrauensvolle Kooperation ist außerdem im SGB VIII § 4 festgeschrieben. Das gilt auch für die Exekutive, verehrter Senat, und insbesondere für die Koalitionsfraktionen. Die Praktiker sind hier scheinbar nur dann gefragt, wenn es darum geht, den Kita-Ausbau zu stemmen, damit der Rechtsanspruch umgesetzt werden kann, für den der Senat die Verantwortung trägt. Neben dem katastrophalen Gesetzgebungsverfahren kritisieren wir, dass sie zwar kleinteilige organisatorische Veränderungen vornehmen, aber nicht die Chance genutzt haben, endlich die Bedarfsprüfung abzuschaffen, obwohl das schon jetzt in ihrem Koalitionsvertrag steht. Wir wollen den ungehinderten Zugang zur ganztägigen Kinderbetreuung für alle Kinder, unabhängig davon, ob ihre Eltern arbeits- oder ausbildungssuchend, studierend, asylsuchend, berufstätig sind oder nicht. Die Förderung des Kindes muss im Vordergrund stehen, Eltern und Kinder sollen selbst entscheiden können, ob und für welche Zeit sie die Kita nutzen wollen. Ich kann nicht verstehen, warum das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sein soll. Das Land Berlin kann damit im Nebeneffekt auch viel Geld, Personal und Stress sparen, denn laut Untersuchungen frisst die Bürokratie für die Bedarfsprüfung nicht nur die Zeit und die Nerven der Eltern, sondern auch Ressourcen der Fachkräfte in den Jugendämtern, die jährlich neu dieses aufwendige Verfahren durchführen müssen, anstatt andere wichtige Aufgaben zu erledigen. Die Bedarfsprüfung ist überflüssig, teuer, pädagogisch nicht vertretbar, ist diskriminierend und sie muss weg. Deshalb liegt Ihnen auch heute unser Änderungsantrag zu diesem wichtigen Punkt vor und ich werbe noch einmal ausdrücklich für dieses Anliegen. Kritisch sehen wir auch, dass die Einführung der weitergehenden Beitragsfreiheit über die jetzigen drei Jahre hinaus einen so hohen Stellenwert hat. Ja, auch wir sind der Meinung, Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein und muss lebenslang kostenfrei sein. Die schrittweise Umsetzung der Kita-Kostenfreiheit steht auch in unserem Wahlprogramm. Dazu stehen wir. Aber machen wir uns nichts vor. Dieses Vorhaben ist nicht sozialpolitisch oder kita-politisch begründet. Es ist passiert, weil der Fraktionsvorsitzende der SPD sein Profilierungsprojekt Kita-Pflicht nicht durchsetzen konnte, zum Glück auch. Es ist passiert, weil er ein neues, anderes Projekt brauchte, um seinen Namen für den Wahlkampf populär zu machen. Die volle Umsetzung der Beitragsfreiheit für alle sechs Kita-Jahre schon in 2018 für 53 Millionen Euro setzt in diesen Zeiten die falsche Priorität. Das sehen nicht nur wir so, das sehen alle Fachleute und die Elternvertretungen auch so, aber mit denen reden Sie ja nicht. Die Frage ist doch, was nützt uns eine kostenfreie Kita ohne Personal und ohne Räume? Da draußen in der wirklichen Kita-Welt herrscht vielerorts Ausnahmezustand, da herrscht Personalmangel, da gibt es immer mehr langzeitkranke Kolleginnen infolge ihrer Dauerbelastung. Die Kolleginnen vom Fachausschuss und die Senatoren haben ja alle das jüngste Hilfegesuch von Eltern einer Kita im Prenzlauer Berg erhalten. Wir erhalten ja dauernd solche Briefe, wo beschrieben wird, dass dauerhaft von 26 Pädagogen elf wegen Krankheit fehlen und das ist längst kein Einzelfall mehr. In einer Leiterinnenrunde letzte Woche in Lichtenberg konnte sich keine Kollegin mehr daran erinnern, wann ihre Kita zuletzt personell auskömmlich besetzt war. Es muss auf Leiharbeit zurückgegriffen werden in einem pädagogischen Bereich, um die Betreuung der Kinder halbwegs abzusichern. Es geht inzwischen los damit, dass Öffnungszeiten verkürzt werden, dass Eltern gebeten werden, ihre Kinder später zu bringen oder früher abzuholen. Von Qualität der Betreuung, von frühkindlicher Förderung und von der Umsetzung unseres Berliner Bildungsprogramms, für das sich hier so gern gefeiert wird, von ernstzunehmender Sprachförderung kann unter solchen Umständen nicht mehr die Rede sein. Und das Schlimmste ist, dass inzwischen dringend benötigte Kita-Plätze unbelegt bleiben, weil das Personal fehlt. Dazu, wie dem Personalmangel entgegengewirkt und den Kitas geholfen werden könnte, haben sie keine erkennbare Strategie. Die Linksfraktion hat in dieser Legislatur mit diversen Anträgen Vorschläge gemacht. Unter anderem zur Verbesserung der Personalausstattung für die Sprachförderung, zur Abschaffung des Eigenanteils der Kita-Träger von 7 Prozent, damit sie das Personal aufstocken und besser bezahlen können. Zu Kita-Plätzen für Flüchtlingskinder, zur Einkommensverbesserung der Erzieherin. Da drückt der Schuh. Dafür wird sehr viel Geld gebraucht. Gerade heute gibt es wieder Warnstreiks in Kitas der Arbeiterwohlfahrt und das werden nicht die Letzten sein. Es ist ja wohl bekannt, dass in Berlin um die 300 Euro weniger bezahlt werden als z.B. in Brandenburg. Was wollen Sie in dieser Frage unternehmen? Die Probleme im Kita-Bereich sind komplex und müssen von allen nur möglichen Seiten angegangen werden. Deshalb verhandeln wir heute neben dem Haushaltsumsetzungsgesetz auch noch zwei weitere Maßnahmen, die wir in diesem Sinne vorschlagen wollen. Die längerfristige ist erstens, Berlin soll sich für ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz einsetzen. Das wird von Fachverbänden schon lange empfohlen und nehme den Bund endlich in die Pflicht, sich auch finanziell stärker für die Weiterentwicklung der Kita-Qualität zu engagieren, anstatt nur den Rechtsanspruch zu verkünden. Wer bestellt, der bezahlt. Die Senatorin meint bisher dazu, dass mit einem solchen Bundesgesetz ein Standardabbau im vorbildlichen Berlin erfolgen könnte. Expertenanalysen haben aber bestätigt, was längst Stadtgespräch ist. Der qualitative Kita-Ausbau hat mit dem quantitativen nicht Schritt gehalten. Das ist inzwischen deutlich zu sehen in der Stadt. Zweitens. Für den Schutz von Kitas und anderen sozialen Einrichtungen in Mietobjekten muss es kurzfristige Lösungen geben. Neben einer Personalstrategie, neben dem Kita-Aus- und Neubau muss es gleichzeitig um den Erhalt von vorhandenen Einrichtungen gehen. Auch hier häufen sich die Pressemeldungen und Hilferufe von Trägern, besonders von den vielen kleineren Einrichtungen im Innenstadtbereich, die ihre Kitas in Mietobjekten betreiben, weil es dort gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Wir brauchen alle diese Kitas dringend, jeden einzelnen Platz. Wir brauchen hier schnell kluge Lösungen und machen mit diesem Antrag hier ein Angebot. Herr Schneider, bringen Sie diese Stadt tatsächlich mal nach vorne und diskutieren Sie mit uns über solche Dinge.